Hallo liebe Smart Homies und Lebenssteuerer. Ja, ein Jahr Balkon-PV-Anlage. Was hat sich bei mir in der Zeit an der PV-Anlage geändert? Was würde ich euch empfehlen, wenn ihr einsteigen möchtet? Und was ist mein generelles Fazit nach einem Jahr Balkon-PV? Alle diese Fragen beantworte ich euch heute in diesem Video. Ja, vorab aber wie immer ganz kurz die Community-Frage, um euch als meine Zuschauer besser kennenzulernen. Und heute bei diesem Thema geht es ja so ein bisschen um den Vergleich auch zwischen Balkon-PV mit und Balkon-PV ohne Akku. Und vielleicht schaut ihr euch erst das Video fertig an und postet dann unter diesem Video Hashtag mit Akku oder Hashtag ohne Akku. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein und ich habe euch hier mal eingeblendet. Das ist tatsächlich die Ersparnis, die mir mein Balkon-Kraftwerk gebracht hat. Denn alle anderen Werte wurden durch Umstellung der Anlage und so weiter und so fort ab und zu ein bisschen durcheinander geworfen. Ein Wert, der immer stimmt und den ich immer korrekt habe, ist diese Ersparnis, die ich durch mein Balkon-Kraftwerk seit dem 22. August 23 habe. Und um das Jahr eben als Ganzes, als Jahr voll zu machen, um euch wirklich das Fazit aus einem Jahr zu zeigen, habe ich hier den Zeitraum 22. August bis 22. August gewählt. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video kommt, aber hier haben wir tatsächlich genau 365 Tage als Zeitraum gewählt. Und ja, wie bin ich gestartet? Ich bin gestartet mit meiner Balkon-PV-Anlage mit zwei 500 Watt-Modulen und einem Wechselrichter, den ich am Anfang mit 600 Watt später dann, als es erlaubt war, mit 800 Watt betrieben habe. Von dem her das ganz normale Grundsetup, sage ich mal, eines Balkon-Kraftwerks. Damit bin ich gestartet. Und dann am Anfang des Jahres habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich verdammt viel Energie an Einspeisung verschwende quasi. Habe da auch mal wirklich getestet und über zwei Wochen hinweg mit protokolliert, wie viel ich denn ins Netz einspeise, auch wenn ich nicht dynamisch irgendwelche Geräte wie Lüfter und so weiter zuschalte. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich schon allein mit den zwei 500 Watt-Modulen und nur verwertbaren 800 Watt von diesen 1000 Watt wirklich sehr viel ans Netz einspeise und nicht selber nutze. Und diese Energie könnte man natürlich nachts nutzen. Deswegen hier am 17. Mai, es war tatsächlich am 17. Mai, habe ich mein Akkusystem angeschlossen. Damals von Zendur übrigens, verlinke ich euch jetzt auch mal links oben Video dazu, Akku mit 1,9 Kilowattstunden und dem PV Hub 2000 von Zendur. Und ja, hier fällt aber tatsächlich auch, wenn es schon einen Mehrwert gebracht hat, fällt er in der Linie nicht so ganz auf. Ich würde auch sagen, ich zoome jetzt mal ein bisschen näher ran. Denn dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Gerade was auffällt, sind diese Abstufungen eben immer. Also bevor das Ganze war, waren die Stufen länger. Das heißt natürlich in der Nacht habe ich immer keine Produktion. Deswegen haben wir da relativ lange Stufen. Hier fällt dann schon auf zwischen dem Kauf quasi oder dem Anschließen des ersten Akkus und dem Anschließen von zwei zusätzlichen 500 Watt-Modulen, was das gelbe hier ist. haben sich die schon ein bisschen verkürzt. Hier war leider eine Schlechtwetterphase, deswegen nehmt es nicht so zu 100% genau. Aber hier haben wir tatsächlich ein paar Tage schlechtes Wetter gehabt. Deswegen, ich habe hier zwar die zusätzlichen Module angeschlossen, aber bei schlechtem Wetter bringen die natürlich nichts. Man sieht aber ganz klar, nach dieser Schlechtwetterphase ist das Ganze nochmal um eine ganze Ecke aufgestiegen, weil ich den Akku wirklich täglich zu 100% aufladen konnte, ohne Probleme. Ich habe dann auch festgestellt, ich könnte ohne Probleme noch einen zweiten Akku laden. Da sind wir dann hier beim grünen Pfeil. Da habe ich dann den zweiten Akku bekommen. Und hier sehen wir tatsächlich, dass es immer wieder Phasen gibt, wo fast gar keine Stufen mehr drin sind. Also ich kann noch ein Stückchen näher rangehen. Und hier sehen wir ganz klar noch Stufen. Also der Akku hat mir nicht über die komplette Nacht gereicht. Und ab diesem grünen Punkt fällt auf einmal auf, wir haben immer wieder Phasen drin, auch wenn natürlich Schlechtwetter, Tage und so weiter dabei sind. Aber wir haben immer wieder Phasen drin, wo fast keine Stufe mehr vorhanden ist oder die Stufe nicht mehr auffällt in dieser Größe. Und tatsächlich kann ich euch dieses Ganze, diesen Anstieg und so weiter auch nochmal ganz klar und ganz krass verdeutlichen. Nämlich hier um den 16. August habe ich meinen PV-Hub einschicken müssen, weil er einen Defekt hatte. Und da seht ihr den spontanen und schnellen Abfall und wie schnell hier oder wie viel hier wieder nachts quasi vom Netz verbraucht wurde. Also da an dieser Stelle hier genau fällt tatsächlich auf, was der Unterschied ist zwischen nur Module und Module mit Akku. Hier hatte ich zwar dann im Gegensatz zu dem Zeitpunkt hier vier Module, die bringen dir aber auch nichts, wenn du den Strom nicht verwerten kannst tagsüber. Von dem her sieht man hier schon ganz klar, diese große Modulanzahl bringt meines Erachtens nach auch wirklich nur was, wenn du sie mit einem Akku koppelst. Ansonsten bringt es dir gar nicht viel, wenn du vier Module hast. Sieht man hier tatsächlich zwischen dieser Kurve und dieser Kurve oder auch verglichen mit dem August im letzten Jahr. Da ist kein großer Unterschied, obwohl ich hier zwei 500 Watt Module mehr angeschlossen habe. Genau, gehen wir weiter und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wir gehen noch einmal schnell zurück. Wir sehen hier, wir haben circa 270 Euro Ersparnis über das komplette Jahr. Das ist aber die reine Ersparnis, die ich durch Strom habe, den ich in mein Wohnungsnetz eingespeist und verbraucht habe. Wenn man aber den Punkt PV-Anlage weiterdenkt und gerade für uns Home Assistant User in Verbindung mit Home Assistant, ist es so, dass man dann doch auch in den Punkt Tracking der Energie und so weiter geht. Und dass einem da einiges auffällt, gerade Energiefresser, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht oder nicht so oft braucht. Und natürlich ist das keine direkte Ersparnis durch die PV-Anlage. Dennoch ist es eine Ersparnis, die ich ohne PV-Anlage niemals gehabt hätte. Denn da wäre mir das wahrscheinlich niemals aufgefallen, was ich hier für Energiefresser habe. Und deswegen kann ich hier ganz klar sagen, ich habe mir jetzt in diesem Jahr 150 Euro an Klimaanlagenkosten gespart, weil ich einfach mehr hinterfragt habe, brauche ich die Klimaanlage wirklich oder geht es auch noch ohne. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir wirklich erst durch die PV-Anlage klar geworden ist, mein Smart Mirror, der vorher den kompletten Tag durch lief, aber auf Basis eines alten LCD-Fernsehers ist, der tatsächlich einen sehr hohen Stromverbrauch hat, spart mir jetzt dadurch, dass ich ihn nur noch morgens für fünf Minuten und sonst nur noch, wenn PV-Überschuss da ist, einschalte, wirklich 200 Euro im Jahr. Auch Geschirrspüler und Waschmaschine sind so Sachen, wo man etwas optimieren kann. Man kann dann eben auch mit Überschuss waschen oder spülen. Man kann auch sagen, okay, ich warte noch ein, zwei Tage länger und packe den Geschirrspüler noch ein bisschen voller. Auch in der Waschmaschine kann man ein bisschen mehr reinpacken. Da sage ich mal so Geschirrspüler 70, Waschmaschine 50 Euro im Jahr, was ich mir da jetzt zusätzlich spare. Noch dazu habe ich meinen alten Halogenbeamer umgestellt, jetzt auf einen LED-Beamer, der natürlich auch einen viel niedrigeren Verbrauch hat. Da sind wir dann auch bei 50 Euro ersparendes. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Punkte, wie mein E-Bike-Akku, den ich jetzt hauptsächlich mit Überschuss lade. Denn E-Bike fährt man hauptsächlich bei schönem Wetter. Und bei schönem Wetter hat man auch irgendwann Überschuss am Tag und damit lade ich meinen E-Bike-Akku. Auch 3D-Drucke schiebe ich größtmöglich auf Zeiten, wo ich einen PV-Überschuss habe, wo ich quasi sowieso ins Netz einspeisen würde, weil die Akkus voll sind. Auch andere Akkus laden natürlich, Batterien laden, Handy laden, wie auch immer. Alles wird ein bisschen besser getimt inzwischen. Alles läuft inzwischen mehr abgestimmt auf meinen PV-Überschuss. Und dadurch würde ich tatsächlich behaupten, dass ich mir inzwischen in dem einen Jahr irgendwo roundabout 700, 800, 900 Euro wirklich an Energiekosten gespart habe. Wenn davon auch nur 270 Euro die reine Einspeisung an Energie meiner PV-Anlage ist, habe ich mir doch viel mehr gespart, weil ich einfach in ein Tracking gegangen bin und in dem Moment getrackt habe, wie viel Energie muss ich wirklich vom Stromnetz ziehen und wie viel Energie kann ich auf Überschuss und so weiter verwenden. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu einem Punkt, zu einem ganz wichtigen Punkt, der, glaube ich, vielen unter den Nägeln brennt. Wenn Sie in die Welt der Balkon-PV-Anlage einsteigen mit, was sollten Sie starten? Und ich gehe hier jetzt auf der ersten Seite, auf der nächsten Seite kommen dann noch gewisse Sonderfälle. Hier gehe ich darauf ein, dass auch tagsüber wirklich ein gewisser Verbrauch da ist, dass also tagsüber auch jemand zu Hause ist. Das ist jetzt diese erste Seite und da würde ich euch sagen, je nach Budget würde ich euch sagen, wenn ihr nur ein ganz kleines Budget habt, immer noch besser als gar nichts, einfach eine 800 Watt Balkon-PV-Anlage mit mindestens 1000 Watt Modulleistung, würde ich am Anfang definitiv empfehlen. Und damit könnt ihr gerade in den Sommermonaten schon sehr viel an Strom sparen. Natürlich mehr, wenn ihr tagsüber mehr verbraucht. Beim mittleren Budget, und das ist dann auch ganz praktisch, wenn ihr eben abends mehr verbraucht als tagsüber, würde ich euch schon empfehlen, da noch einen Akku mit 1,5 bis 2 Kilowattstunden, je nachdem, was der jeweilige Anbieter euch bietet, dazu zu kaufen. Denn damit könnt ihr einfach auch die Nachtphase und die Abendphase überbrücken, was euch, habt ihr ja vorhin auch in dem Beispiel gesehen, doch einiges bringt. Wenn ihr ein großes Budget zur Verfügung habt, würde ich euch empfehlen, tatsächlich die Akkuleistung wirklich auf euren Nachtverbrauch anzupassen. Und da sind bei Balkon-PV-Anlagen irgendwo zwischen 1,5 und 10 kW inzwischen möglich, was ihr an Akkuleistung wirklich machen könnt. Und dann natürlich auch, wie gesagt, wenn ihr ein großes Budget zur Verfügung habt, natürlich 800 Watt-PV mit 2000 Watt-Modulleistung. Gar keine Frage, in dem Fall, damit ihr auch den Akku eben überhaupt voll bekommt, müsst ihr hier mindestens die 2000 Watt-Modulleistung haben. Wobei ich ganz ehrlich sage, also ich bin jetzt bei meiner Südausrichtung mit 2000 Watt-Modulleistung an dem Punkt, dass ich sage, einen dritten Akku, also so circa 6 kWh würde ich vollbringen. Mehr wird schon schwierig. Da muss man natürlich auf Ausrichtung und alles achten, ob man überhaupt mehr als 6 kWh, ob die wirklich Sinn machen, wenn man nur eine Balkon-PV-Anlage hat. Da macht es dann vielleicht Sinn, so ein System wie von Sendure, wo man auch bei günstigem Stromtarif, also bei Tibber oder so, wo man bei günstigem Strom auch den Akku zusätzlich noch vom Netz laden kann, würde hier vielleicht noch mit Sinn machen. Kommen wir jetzt aber zu bestimmten Sonderfällen, die ich auf keinen Fall bei der vorherigen Folie außer Acht lassen möchte. Denn wenn ihr tags nicht zu Hause seid, habt ihr wahrscheinlich einen Verbrauch, den ich nachts habe, irgendwo zwischen 100 und 200 Watt. Und da macht es nicht viel Sinn, wenn ihr 800 Watt einspeist, weil 600 Watt davon verschenkt ihr in Anführungsstrichen ans E-Werk. Von dem her, da würde ich dann früher in Akkus investieren, als in Leistung der PV-Anlage. Wenn ihr wisst, ich verbrauche meinen Strom hauptsächlich abends und nachts, dann auf jeden Fall frühzeitig, auch bei kleinem Budget, in den Akku investieren, damit ihr den produzierten Strom auch wirklich nutzen könnt. Wenn ihr das Ganze aufrüsten möchtet, würde ich euch bei einer Aufrüstung auf jeden Fall empfehlen, von Stufe 1 zu 2. Auf jeden Fall erst mal ein Akku, bevor man die Module aufrüstet. Denn ihr habt vorhin gesehen, zwischen Akku und mehr Modulleistung war kein... Ja, es war ein Unterschied, aber nicht so signifikant, sage ich jetzt mal, bei Stufe 2 zu Stufe 3. Da, wenn ihr quasi schon die 2000 Watt Modulleistung dann habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die noch nicht habt, würde ich euch empfehlen, erst mal auf die 2000 Watt Modulleistung zu gehen. Und wenn ihr dann feststellt, dass ihr wieder ganz viel Überschuss habt, dann könnt ihr später immer noch einen Akku dazu kaufen. Die Zusatzakkus zu den Systemen, meistens ist die Grundanschaffung mit dem PV-Hub oder dem Grundgerät, was Hub und Wechselrichter beinhaltet, relativ hoch. Aber die Zusatzakkus kosten jetzt gar nicht so viel, erst recht, wenn man auf Angebote wartet. Deswegen... Und auch zusätzliche Module. Also ich habe für die zwei zusätzlichen 1000 Watt Module unter 300 Euro bezahlt. Geht inzwischen ohne Probleme. Also da startet erst mal und wenn ihr Geld auf der Seite habt, dann könnt ihr immer weiter investieren. Eben erst mal natürlich bei Stufe 1 zu 2 auf jeden Fall erst mal den Akku dazu kaufen. Bei Stufe 2 zu 3, bevor ihr den Akku erweitert, erst mal mehr Modulleistung und dann später eventuell noch die Akkuleistung erweitern. Das sind so meine Empfehlungen. Da auch ganz wichtig, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich und ihr müsst immer auf euren speziellen Fall anpassen. Wenn ihr da spezielle Fragen habt, sehr, sehr gern, schreibt sie mir unten in die Kommentare oder stellt sie mir auch auf Discord. Der Link zu Discord kommt immer im Abspann. Also da dürft ihr mir gerne, wenn ihr irgendwelche Spezialfälle noch habt, Fragen dazu stellen, die beantworte ich euch sehr gerne. Was aber ganz wichtig ist, es ist immer aus meiner persönlichen Sicht beantwortet. Das wird jetzt auch auf der nächsten Folie, nämlich auf der Folie, was ich euch an Hardware empfehle. Das ist tatsächlich meine persönliche Meinung aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und es kann sehr gut sein, dass andere Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen nicht dazu raten würden. Aber aufgrund meiner Erfahrungen muss ich euch sagen, wenn ihr startet mit einer reinen PV-Anlage, ich bin mit einem Day-Wechselrichter gestartet und später auf einen Heumals umgestiegen und muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt beim Start darauf achten, einen Heumals-Wechselrichter zu haben und keinen Day. Ich weiß hier, die neueren Generationen der Day-Wechselrichter, die ein externes Relais direkt am Wechselrichter angebracht haben, sollen laut anderen Videorezensionen viel besser sein als der alte. Aber wie gesagt, meine persönliche Erfahrung, ich habe mit dem Heumals bessere Erfahrungen gemacht als mit dem Day. Und hier habt ihr auch, was Home Assistant angeht, definitiv mit dem Heumals mehr Möglichkeiten der Einstellungen und auch der Verwaltbarkeit als mit einem Day-Wechselrichter. Wenn ihr direkt mit einem Komplettsystem startet, da gibt es sowohl von Anker als auch von Sendio ein System, wo ihr keinen extra Wechselrichter und Hub mehr braucht, sondern wo alles ein All-in-One-Gerät ist. Generell, wenn ihr das Budget dafür habt, würde ich euch empfehlen, mit einem der beiden Komplettsystemen, All-in-One-Systemen zu starten. Hier ganz wichtig, nicht das AIO von Sendio, sondern schon das mit den erweiterbaren Akkus und obendrauf der Hyper 2000. Aber wenn ihr neu einsteigt, würde ich euch generell inzwischen eher zum Anker-System erraten, denn inzwischen kann man auch das Anker-System mit einem Shelly 3EM oder 3EM Pro steuern, was zu der Zeit, als ich mir das Ganze gekauft habe, nicht ging. Deswegen habe ich mich damals für das Sendio-System entschieden. Hier kann ich zum Hyper 2000 noch nicht viel sagen. Eventuell bekomme ich da von Sendio in Zukunft einen zugeschickt. Wenn es da ein Video dazu gibt, werde ich das hier jetzt rechts oben verlinken. Solange da nichts verlinkt ist, habe ich noch nichts dazu. Und solange würde ich euch auch tatsächlich aus dem, was ich von meinen YouTube-Kollegen gehört habe, was ich aus anderen Rezensionen kenne, definitiv eher zum Anker-System als zum Sendio-System wechseln, also erraten, denn auch der Support ist, soweit ich gehört habe, bei Anker etwas besser als bei Sendio. Module, die 500-Watten-Module von Jahr, die bei meiner ersten Balkon-PV dabei waren und die ich auch zwei Stück nachgekauft habe, sind meines Erachtens nach Top-Module, funktionieren einwandfrei. Das Einzige, was ich euch raten würde, wenn ihr einen PV-Zaun oder Ähnliches baut, wo wirklich die Rückseite auch viel Energie mit abbekommt. Bei einem aufgestellten System, bei einem aufgeständerten oder auch wenn ihr es auf einem Dach von einer Gartenhütte oder so habt, braucht ihr keine bifazialen Module. Aber wenn ihr einen PV-Zaun oder Ähnliches damit verwirklichen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, darauf zu achten, dass ihr bifaziale Module habt, die eben über die Rückseite auch Strom produzieren können. Bei einer Aufständerung wie bei mir, wie gesagt, oder auf einer Gartenhütte oder so, braucht ihr eigentlich keine bifazialen. Die haben da keinen besonders großen Vorteil mehr in dem Fall. Deswegen meine Empfehlung für so normale Systeme in Anführungsstrichen auch am Balkongeländer angebracht. Holt euch die 500 Watt-Jahr-Module, das passt. Sämtliches Zubehör wie Befestigung, Verlängerungskabel und so weiter und so fort kann ich euch natürlich nicht viel empfehlen. Da gibt es hunderttausende Anbieter. Was ich euch empfehlen kann, achtet darauf, dass es günstiges Zubehör, aber kein billiges ist. Da sollte man generell immer beim Kauf von Elektronik drauf achten. Nicht billig, sondern günstig einfach. Es sollte einem gewissen Qualitätsstandard entsprechen, der auch irgendwo in gewisser Weise zertifiziert ist und nicht einfach die billigste Ware aus China sein, die eventuell bei der ersten Überlastung abfackelt. Wie auch immer. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine und nehmt jetzt auch das Wort China in dem Fall nicht wahr. Das kann auch bei deutscher produzierter Ware, kann bei allem passieren. Nicht billig produziert, sondern eben günstige Ware einfach. Danach sucht ihr hier. Das kann ich euch eben beim jeglichen Zubehör empfehlen. Ja, für mein abschließendes Fazit bin ich hier nochmal ganz kurz auf diese Seite zurückgekommen, denn ich muss sagen, für meinen persönlichen Anwendungsfall waren die Ausbaustufen, wie ich sie hatte, das da hinten lassen wir jetzt mal weg, waren diese drei Ausbaustufen und wahrscheinlich wird es noch einen zusätzlichen Akku irgendwann geben. Gehe ich jetzt davon aus, weil ich den sehr lange Zeit im Jahr noch zusätzlich mit vollkriege und der mich dann wirklich zu 100 Prozent bis in die Morgenstunden überbrücken kann. Aber so wie ich den Ausbau bisher gemacht habe, abgesehen davon, was für eine Marke ich gewählt habe, ob diese Marke gut aus wie auch immer, ich rede jetzt rein von den Ausbaustufen der PV-Anlage mit mehr Akku, mehr Modulleistung und so weiter. Denke ich, habe ich eine sehr gute Wahl getroffen, auch die Ausbaustufen nach und nach richtig gewählt und wie gesagt, zukünftige Ausbaustufe wird wahrscheinlich ein Hyper 2000 und ein zusätzlicher Akku noch sein, aber da schauen, was die Zukunft bringt. Eventuell, wie gesagt, kriege ich das von Sendio gestellt, ist aber auch noch nicht zu 100 Prozent sicher. Wie gesagt, wenn es dazu etwas gibt, wird es auf jeden Fall ein Video- und Blogbeitrag und so weiter dazu geben. Von dem her, also ich kann euch nur empfehlen, startet einfach mal und wenn es wie bei mir ist, dass ihr einfach nur mit einer ganz normalen Balkon-PV-Anlage startet, weil ihr euch das gerade leisten könnt und weil die gerade im Moment wirklich nicht mehr viel kosten, diese 800 Watt-Anlagen, dann startet erst mal mit einer 800 Watt-Anlage, denn alles andere zeigt sich über die Zeit hinweg. Und wenn ihr einfach Geld auf der Seite habt und da rechnet auch nicht zu viel mit der Amortisationszeit oder so, sondern sagt einfach, wenn ihr das Geld gut auf der Seite habt und das Geld euch auf nichts mehr verzichten lässt, dann geht einfach in die nächste Ausbaustufe über. Quasi, wenn ihr sagt, dieses Geld würde jetzt entweder auf einem Sparkonto schlecht verzinst landen oder sorgt dafür, dass ich weniger Strom verbrauche, dann wählt meines Erachtens nach den Punkt weniger Stromverbrauch anstatt schlecht verzinstes Konto und von dem her baut aus, wie es zu eurem finanziellen Gusto passt und jeder Anfang ist ein guter Anfang, auch wenn es ein kleiner Anfang ist. Von dem her meine Empfehlung, startet einfach rein, denn ihr könnt jetzt nicht mehr von Vermieter oder irgendjemandem gezwungen werden, es nicht zu tun. Startet einfach in das Thema Balkon-PV und gerade jetzt zum Jahresende hin wird es gute Angebote geben, da bin ich mir relativ sicher, denn es ist gerade keine Haupt-PV-Zeit und deswegen werden auch mehr Angebote jetzt kommen. Von dem her achtet da drauf, wenn ihr ein gutes Angebot findet, kaufen und nächstes Jahr, spätestens im Frühjahr, Sommer, richtig davon profitieren, im Winter jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber ich kann euch nur empfehlen, steigt in dieses Thema ein, denn meine Autarkie-Rate hat hier angefangen mit irgendwo zwischen 20-30% über den Winter hin, war sie gen Null und jetzt gerade im Sommer, im Hochsommer hatte ich einen Autarkie-Grad teilweise am Tag von über 90%. Klar, hier müssen wir natürlich sagen, man wird nie die 100% erreichen mit einer Balkon-PV-Anlage, dafür verbrauchen Geschirrspüler, Waschmaschine, Herd und so weiter einfach zu viel, die können wir mit den 800 Watt nicht abdecken, also 100%ige Autarkie könnt ihr mit einem reinen Balkon-Kraftwerk komplett vergessen, aber natürlich könnt ihr euren Autarkie-Grad sehr stark steigern und mein bisher bester Monat war da der Juli, bei dem ich annähernd 80% Autarkie erreicht habe, was natürlich für ein Balkon-Kraftwerk wirklich super ist und wie gesagt, startet einfach ins Thema rein, bei jeglichen Fragen, stellt sie mir sehr gerne unten in den Kommentaren, an dieser Stelle nochmal die Bitte, Hashtag mit Akku oder Hashtag ohne Akku unten in die Kommentare, damit ich da auch weiß, was eure persönliche Präferenz ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, einfach Kanal abonnieren und Glocke aktivieren und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.